Jetzt ist die Zeit, Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft zu übernehmen. Gesellschaft, Politik und Wissenschaft müssen sich den enormen Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung stellen. Und natürlich auch Unternehmen. Die Commerzbank begleitet Sie auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und beantwortet Ihre wichtigsten Fragen. Kann ich es mir leisten, nichts zu verändern? Ist mein Geschäftsmodell zukunftssicher? Wie verändern Klimaabkommen die Kreditvergabe? Gemeinsam treiben wir die nachhaltige Transformation der Wirtschaft aktiv voran. Mit unseren Finanzprodukten unterstützen wir Sie dabei, nachhaltig zu investieren, um durch Wachstum und Innovation auf Dauer neue Wege zu gehen. Wir haben uns selbst ambitionierte Ziele gesetzt und bauen unser nachhaltiges Produktangebot kontinuierlich für Sie aus. Dabei haben wir 2050 fest im Blick. Lassen Sie uns den Weg in eine nachhaltige Zukunft gemeinsam gehen. Zum Wohle der Wirtschaft, der Umwelt und der Menschen. Kommerzbank 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 … … Vielen Dank.